Mein Name ist Dominik Aschka und ich bin Geschäftsführer der E-Works Mobility GmbH und wir revolutionieren die Nutzfahrzeugbranche. Wir sind im Augenblick ein Team aus etwa 30 Personen. Darunter befinden sich extrem talentierte Softwareentwickler, Hardwareentwickler, Mechatroniker und Maschinenbauingenieure. Und alle haben bei ihrem Tun und beim Entwickeln stets den Kundenfokus. Die Nachfrage und der Bedarf nach elektrischen Transportern ist in der letzten Zeit extrem gestiegen. Allerdings fehlt es am Angebot. Zudem führen gestörte Lieferketten zu extrem langen Wartezeiten bei Neufahrzeugen. Wir von E-Works Mobility sind überzeugt, dass es nicht nachhaltig ist, alle vorhandenen Dieselfahrzeuge durch neue Elektrofahrzeuge zu ersetzen. Konventionelle Transporterhersteller können ihren gewerblichen Kunden keine komplette Infrastruktur für ihr Elektrofahrzeug liefern. Hier kommt E-Works Mobility ins Spiel. Wir sehen den Elektro-Transporter als einen Baustein des kompletten Ökosystems. E-Works Mobility liefert die Lösung für all diese Probleme. Dafür werden wir künftig gemeinsam mit Partnern das komplette Energieökosystem für Gewerbestandorte liefern. Begonnen als Engineering Firma haben wir ein kompromissloses elektrisches Antriebssystem entwickelt. Dieses ermöglicht es uns, Flotten ins elektrische Zeitalter zu befördern. Mit unserem ersten Produkt, dem Hero, zeigen wir schon heute, wie kompromisslose Elektromobilität im Nutzfahrzeugsegment funktioniert. Für unser erstes Modell des Hero haben wir uns als Basis für einen Mercedes-Benz Sprinter entschieden. Gepart mit den besten Komponenten aus dem Hause E-Works haben wir so ein absolut überlegenes Nutzfahrzeug geschaffen. Durch unser patentiertes Batteriekonzept haben wir stattliche 110 kWh in unserem Hero verbaut. Das führt zu einer Reichweite von bis zu 400 km. Damit selbst bei voller Beladung der Fahrspaß nicht zu kurz kommt, haben wir mit einem 180 kW-Motor ganz oben ins Regal gegriffen. Außerdem kommt der Hero bedarfsgerecht mit Heckantrieb und Anhängerkupplung. All das bietet der Markt heute noch nicht. Aber E-Works Mobility ist noch mehr als der Hero. E-Works Mobility unterscheidet sich in sehr vielen Aspekten von der Konkurrenz. Durch unsere herausragende Softwarekompetenz sind wir in der Lage, eine nahtlose Integration der Fahrzeuge in das elektrische Ökosystem zu vollziehen. Durch einen hocheffizienten Umbauprozess sind wir und unsere Partner in den nächsten Jahren in der Lage, zehntausende Fahrzeuge zu elektrifizieren. E-Works Mobility wird auf seinem Weg von namhaften Partnern begleitet. Dazu gehören andere Fahrzeughersteller, Automobilzulieferer, Energiekonzerne und öffentliche, gewerbliche sowie industrielle Kunden. Warum also sollten Sie in E-Works Mobility investieren? E-Works Mobility ist eine interessante Firma deswegen, weil bislang die Elektromobilität sich hauptsächlich auf PKWs konzentrierte und wir das gesamte Segment der Transporter und Vans eigentlich vernachlässigt haben. Mit den Lösungen, die diese Firma macht, wird eine Lücke geschlossen, die so wichtig ist und die von so vielen Kunden heute und nicht erst in Zukunft gefordert wird. Über die Elektrifizierung vorhandener Flotten wird E-Works Mobility bereits heute schon als OEM wahrgenommen und ist damit ganz vorne mit dabei. Durch smarte, patentgeschützte Lösungen ergeben sich weitere gewinnträchtige Absatz- und Lizenzierungsmöglichkeiten. Unsere tiefgreifende Softwarekompetenz kreiert unerreichte Kundenerlebnisse. Auch die gewachsene Expertise im Bereich der Batteriespeicher ermöglicht weitere Geschäftsfelder. Aufgrund unserer hohen Wertschöpfung in all diesen Bereichen erreichen wir eine maximale Skalierbarkeit unabhängig von gestörten Lieferketten. Warum hat Wunderkind Invest in E-Works Mobility investiert? Nicht, weil wir an einer Werkstatt beteiligt sein wollen, die auf Top-Niveau Elektroumbauten macht, sondern weil wir bei Firmen beteiligt sein wollen, die eine große Zukunft haben, die in einer großen Skalierung ein großes Business machen werden. E-Works Mobility ist definitiv auf dem Weg von einem Komponentenhersteller für Elektroumbauten zu einem OEM zu werden. E-Works Mobility wandelt sich also schrittweise vom Komponentenentwickler und Lieferanten über das Retrofitting zum OEM. Gleichzeitig werden wir One-Stop-Provider für Energie- und Mobilitätslösungen. Werden Sie Teil von E-Works Mobility.